Hallöchen Leute, und willkommen zu meinem neuen Let's Play, was ich starten werde, und zwar Kleine auf Kleines. Ja, ich bin, ich habe mich zu Rathaus 7 gejammt, also bis zu Rathaus 6 habe ich mich gejammt, aber jetzt habe ich einmal ganz kurz gejammt, dass ich auf Rathaus 7 bin, ich baue hier schon mein Lager für dunkles Elixier, Truppen bilde ich auch aus, alle meine Truppen sind auf Level 3, oh ich kann das Rache freischalten, bis auf der Heiler, sonst sind alle Truppen Level 3, ähm, den Girl, der hat geil für ihn, oder geil für sie, ähm, bitte den Red, Red, die sie euch nicht bemerken, denn der hat gerade Werbung gemacht, geht nicht auf den Kanal, ähm, und zwar, er heißt auf Youtube SaschaLP, nicht abonnieren, denn er hat Werbung gemacht, er nimmt genau das Papier, ähm, mache ich 16, Hotmail, Skype, 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 Skype Der Unterstrich hat die wie heißt du auf Skype wie heißt du auf wie heißt aus wir können ja auch eine Anfrage geschickt schicken werde ich euch sehr wahrscheinlich annehmen jeder der mir eine skype infrage schickt werde ich annehmen okay okay cool cool Ok, ihr Einheiler haben wir schon ausgebildet, wie viele kann es noch brauchen, ok, beide schon geschossen, 17 Minuten, dann kommt der Angriff, meine lieben Leute, wow, wir sind zehn, macht Klankrieg, bitte voll machen, nein, habe ich vorher gesagt, wenn wir hätten wir so etwas, ganz dreckig, wenn ich eines durchreißte und fahre, sorry, sorry, schaue ich meine, die brille, Sie flippingHi, was ist einfach eine gute Deutsche? ich wollte zu bringen was für ein rassist das wird ziemlich geil wenn ich so in einen Titan-Klang-Klange. Komme! Wow! Wann machen wir das? Sie ist nicht klein, sondern nicht größer, als ob mich das jetzt interessieren würde in der Aufnahme. Was würde es da fahren? Joooo! 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 ZEETZEEN! Also, Leute, ich bin zechten. ZEETZEEN! Hallo, Feind Joey! ZEETZEEN! Ja, hallo, ich bin zechten. ZEETZEEN! 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 Wer macht SICKER, wenn ich komme? ZEETZEEN! ZEETZEEN! Ja, das würde mich jetzt gerade interessieren, weil dann würde ich kommen. ZEETZEEN! 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 ZEETZE! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mira Keks Moment, Skype Wreck-en-Beef 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss dann. Tschüss.